Herzlich willkommen bei Schatten-PV. Endlich gibt es mal wieder ein neues Video. Ich möchte euch heute mal die PITES Lefippo 4 Serie vorstellen. Ich möchte darüber reden, ob das vielleicht der ideale Speicher ist für die Victron-Systeme und ob das vielleicht sogar deutlich besser geeignet ist als die Pylon-Tec-Akkus, die ja sehr weit verbreitet sind. Ja, ich habe jetzt hier mal die Panda Solar-Seite aufgerufen, habe da einen Screenshot gemacht, habe das mal eingeblendet. Es fällt dann gleich auf, hier gibt es zwei verschiedene Versionen von diesen PITES-Akkus mit einem gewissen Preisunterschied auch, der jetzt nicht unerheblich ist und das schauen wir uns jetzt einfach mal an, wo da die genauen Unterschiede dieser beiden Versionen liegen. Hier auf der rechten Seite sehen wir die E-Box 48100R-C. C ist schon die etwas neuere Batterie-Management-Version. Also, da gibt es auch schon mehrere Verbesserungsstufen, wobei die sich nicht wirklich drastisch unterscheiden. Ich kenne einige Leute, die haben die Dinge jetzt schon mehrere Jahre im Einsatz und kommen da sehr gut zurecht. Also, man kann auch durchaus eben noch hier über diese ältere Version hier nachdenken. Und die neuere Version ist hier auf der linken Seite, die V5. Von den Anschlüssen her schaut die V5 ein bisschen moderner, peppiger aus, aber eigentlich für das, was wir brauchen, die Anschlüsse, die da notwendig sind, sind absolut gleich. Ich habe jetzt hier mal die beiden Datenblätter nebeneinander gezeichnet. Ebenso, genauso wie wir in dem vorherigen Bild links die V5 hatten, hier auch wieder. Die Spannung ist gleich zwischen den beiden Versionen, sind 16 Zellen LiFePO4, also eine Nominalspannung von 51,2 Volt. Die Voltage-Range ist jetzt hier ein bisschen kleiner angegeben, macht aber, denke ich, in der Praxis keinen Unterschied, weil wir im ESS-Modus, im Heimspeichermodus, diese Grenzen sowieso nicht komplett ausreizen. Wir wollen ja, dass der Akku möglichst lange die volle Kapazität bringt oder nahezu volle Kapazität. Daher stellen wir diese Grenzen ja sowieso noch mal enger ein und die nominale Kapazität bzw. Energie ist auch absolut gleich. Wo sie sich ein bisschen unterscheiden, sind die Dimensionen. Das muss sich halt jeder mal so genauer anschauen, wie das dann eben in dem jeweiligen Anwendungsfall sinnvoll ist. Was auch auffällt, dass die neue Version etwas leichter ist. Und ich denke, der markanteste Unterschied ist, dass der Ladestrom deutlich erhöht wurde. Wir haben hier auf der rechten Seite bei der alten noch die 50 Ampere, sprich 0,5 C, also die Hälfte der Kapazität. Wenn wir einen 100 Ampere-Stunden-Akku haben, können wir mit 50 Ampere laden und entladen. Das ist jetzt hier schon mal angehoben auf einen empfohlenen Wert von 75 Ampere maximal bzw. auf einen maximalen von 100 Ampere, sprich 1 C. bzw. ich kann Spitzenlasten sogar bis 150 Ampere darüber fahren für fünften Sekunden. Das ist selten notwendig, wo man darüber streiten kann. Das ist ja immer so ein endloses Thema mit der Faktor-1-Regel bei Victron. Eventuell kann ich da dann den Akku ein bisschen kleiner wählen, als wir es von Victron vorgegeben bekommen. Das kann ich persönlich aber nicht beurteilen. Das müssten wir wirklich dann mit Victron mal absprechen, wie die das so sehen, ob da vielleicht ein Unterschied möglich wäre. Dann gibt es noch einen deutlichen Unterschied. Die V5 hat ein Heating-System eingebaut, sprich eine Heizmatte, um den Akku zu temperieren. Gerade wenn ich in einer Garage oder in einer Schupfe oder, wie ich es demnächst vorhabe, in einem Container die Akkus unterbringen möchte, dann ist es teilweise wirklich notwendig, dass ich die im Winter ein bisschen vorheize, dass ich auch entsprechend hohe Ströme fahren kann. Das Gute daran ist ja, das Batterie-Management-System überträgt diese Werte an Victron. Und Victron reagiert entsprechend und begrenzt dann die Ladeströme. Also ich mache den Akku deshalb nicht kaputt. Oder es wird verhindert, dass der Akku einen Schaden nimmt, eben dadurch, dass das Batterie-Management-System sagt, okay, ich habe jetzt meinetwegen nur 8 Grad Temperatur, schicke mir mal x Ampere. Keine Ahnung, wie viele es dann wirklich in der Praxis sind. Da kann man bestimmt im Manual mal eine Kurve sich anschauen, wo das abgezeichnet ist. Aber hier habe ich einfach die Möglichkeit, mit dem Heating-System dann entsprechend ein kleines bisschen vorzuheizen. Viel braucht es da oftmals gar nicht an Energie, dass ich dann auch mit dem entsprechenden Ladestrom arbeiten kann. Dann kommen wir mal zu dem spannendsten Teil, denke ich, von dem Video. Warum empfehle ich keine Pylon-Tec-Augus mehr? Pylon-Tec war ja jahrelang der Standard bei Victron-Anlagen für Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Und da gibt es, denke ich, drei Gründe, die da überwiegen, warum ich einen Peitz-Akku inzwischen immer dem Pylon-Tec vorziehen würde. Der Hauptgrund ist einfach schon mal, dass ich bei Pylon-Tec diese 15S, also 15 Lithium-Eisenphosphat-Zellen in Reihe geschaltet habe, was einer Nominalspannung von 48 Volt entspricht. Nahezu alle anderen Hersteller benutzen aber 16S, so auch Peitz. Und dann komme ich eben auf diese 51,2 Volt. Warum ist das jetzt ein großer Vorteil? Naja, das sind auch wieder zwei Dinge. Das eine ist, wenn ich jetzt vielleicht nochmal klein anfangen möchte mit zwei so Peitz-E-Boxen und ich denke, irgendwann möchte ich meine Anlage erweitern, der Speicher reicht mir nicht mehr, weil ich vielleicht doch ein E-Auto habe, was ich mal gelegentlich aus dem Akku nochmal ein bisschen laden möchte. Ob das jetzt sinnvoll ist, lassen wir da hingestellt. Das können wir mal in einem eigenen Video betrachten. Aber ich habe dann einfach die Möglichkeit, so einen Gubel-Akku parallel zu schalten, was mit Pylon-Tec einfach nicht gehen würde, weil dort die Spannung einfach zu niedrig ist. Was so ein mittlerer Punkt ist, ist die Sache mit den BMS-Sicherungen, was ich hier aufgeführt habe. Ich habe hier auf der rechten Seite mal ein Bild von einem Zuschauer hier eingeblendet. Das sind diese Sicherungen, das sind SMT-Sicherungen, die aufgelötet sind, kaputt gegangen, ich kenne ehrlich gesagt den genauen Grund nicht dafür, habe aber schon öfter gehört, dass das wohl bei Pylon-Tec öfters mal willkürlich passiert, ohne wirkliches Zutun von dem Benutzer oder vom Installateur, dass man da wirklich einfach Pech hat teilweise. Und da kommt dann der dritte Punkt auf einmal ins Spiel, das ist der Support. Weil diese Sicherungen haben die PILES-Akku genauso am BMS, die müssen auch vom Support ausgetauscht werden, während der Garantie, ich kann das ja nicht aufmachen, weil dann verliere ich ja sowieso meine Garantie, weil ich das Siegel durchbreche. Aber im Moment ist es wohl so, was ich so von verschiedenen Kunden mitbekommen habe, dass wenn ein Support-Fall ist, dass die Durchlaufzeiten, Antwortzeiten von PILES deutlich besser sind als von Pylon-Tec. Also den Pylon-Tec-Support übernimmt ja Effekte in Deutschland. Die haben da manchmal auch das Gebärden, erstens, dass es sehr lange dauert und dass viele Sachen dann eventuell auf den Nutzer abgewickelt werden, dass da eine Fehlbedienung vorlag und man dann für viel Geld die Dinge reparieren lassen muss. Und das ist wohl mit dem PITES-Support ein bisschen entspannter. Das sind aber alles Dinge, die kann ich nur vom Hörensagen, was den Support antrifft. Ich habe es selber noch nicht damit zu tun gehabt, aber ich möchte es ja euch einfach mal so weitergeben, was an mich herangetragen wurde. Also ich habe jetzt hier mal einen kleinen Versuchsaufbau gemacht. Ich habe hier hinten einen Lynx Power-In genommen, habe da die Schrauben nachgerüstet für die Sicherungshalter, habe da die Mega-Fuse mit 125 Ampere angeschlossen. Ich blende da gleich mal ein Bild davon ein. Genauso an dem Lynx habe ich dann den Zerbo GX, den ich hier habe, angeschlossen, dass der mit Strom versorgt wird. Und ich habe dann hier mit dem Victron BMS-Kabel, das verlinke ich dann auch unter dem Video mal bei Pandasolar, die Verbindung hergestellt. Ich habe hier den VE-CAN-Port genommen und hier den CAN-Port. Normalerweise müsste es über den BMS-CAN-Port auch funktionieren, hatte ich jetzt aber irgendwie bei dem Zerbo hier Probleme, wobei ich nicht ganz weiß, ob es am Zerbo liegt oder an der E-Box. Da kläre ich im Moment noch ab. Normalerweise sollte ja beides funktionieren, sobald es auf 500 Kilobit pro Sekunde konfiguriert ist. Und ja, ich musste jetzt eben über den VE-CAN hier machen und dann gehen wir mal an den PC und schauen uns mal an, welche Werte so übertragen werden. So, ich bin jetzt hier mal am PC. Wie versprochen möchte ich euch jetzt mal so ein bisschen zeigen, was man an Einstellungen von den PIC übertragen bekommt. Spannung ist klar, Strom und Leistung. Das ist ja quasi bei allen so. Der Ladezustand ist auch immer so. Was wir hier auch bekommen, ist ein Alterungszustand, der vom BMS ermittelt wird und auch die Batterietemperatur. Wenn wir jetzt hier mal unter Details reinklicken, sehen wir, welche Zelle die niedrigste und welche die höchste Spannung hat. Genauso mit den Zelltemperaturen. Wir würden sehen, dass ein Modul online ist und wir würden hier sehen, wenn irgendwelche Module die Ladung oder Entladung blockieren, weil sie zum Beispiel einen Zellentrift haben oder Ähnliches. Alarme bekommen wir hier auch verschiedene. Batteriespannung zu niedrig, zu hoch, wenn der Lade- oder Entladestrom zu hoch wird, Temperaturen, Interne Fehler, also da würde das BMS auch entsprechend prüfen, ob es da noch irgendwelche Probleme intern gibt und würde dann eben auch einen Alarm an Victron weitergeben und das Zellenungleichgewicht, was ja bedeutet, dass wir ein schlechtes Balancing von den Zellen hätten. Alarme auf Modulebene würden wir bekommen. Hier im Verlauf auch eine History zu den Alarmen. Hier bei Geräten kann man dann auch einen Namen vergeben. Wir würden sehen, welche Firmware installiert ist und so weiter. Die VM-Instanz-ID. Und das ist jetzt hier eigentlich das Wichtigste. Das ist die Ladespannungsbegrenzung. Steht auf 56,8 Volt. Das ist ja erstmal kein verkehrter Wert, aber der ist relativ hoch. Ladestrombegrenzung sind die 50 Ampere Endladebegrenzung genauso. Und wenn ich jetzt denn möchte, dass ich die Akkus ein bisschen schone, dann würde ich hier im DVCC-Menü dann hier bei dem steuernden BMS entweder auf automatische Auswahl stellen, dann würde ich hier auch das PITs ausgewählt sein, wie man hier sieht. Und wenn ich das hier aktiviere, dann könnte ich zum Beispiel hier die maximale Ladespannung eben auf die 55,2 Volt begrenzen, wie das häufig gemacht wird. Man könnte hier auch den Ladestrom begrenzen und so weiter. Also die ganz normalen DVCC-Settings, wie ich sie eigentlich immer habe. Ja, kommen wir noch zum kleinen abschließenden Fazit. Ich finde, dass PITs den Pylontech auf jeden Fall überlegen ist. Ich würde in dem Moment, wo ich fertige Akkus nehmen will, auf jeden Fall immer zu den PITs greifen. Die sind in Deutschland eben auch gut verfügbar. Könnt ihr bei Pandasolar bestellen. Verlinke ich auch unten meinen Gutscheincode. Der Gutscheincode gilt allerdings nicht für Akkus. Das ist leider so. Ansonsten, wenn euch ein System wichtig ist, was ihr auch öffnen könnt, wo ihr meine Zelle selber tauschen könnt, wenn sie denn defekt wäre, dann müsst ihr zu den Gobel-Akkus wechseln. Verlinke ich euch dann hier oben mal das Video. Könnt ihr euch ja mal als nächstes anschauen. Vielleicht ist das dann für euch die bessere Alternative, wenn ihr vielleicht einen größeren Akku braucht. Ansonsten, in diesen 5kWh-Steps kann man sich so einen schönen Akku zusammenbauen, der auch erweiterbar ist, zu einem vernünftigen Preis. Und ich habe jederzeit die Möglichkeit, einen weiteren 16s Akku dazu zu nehmen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald, euer Helmut.